Nein, 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 nein... Bringt euch doch einfach alle kollektiv um! Gangbang den Zocker-Motz hinterher! Sind jetzt alle hier? Alle zu Daniel! Nein! Lass dich nicht entkommen! Lass dich nicht abhängen! Ich hab vergessen ihn geladen. Hoffe mal hier. Lass dich... Lass dich nicht abhängen! Au! Daniel! 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 Ah, nein! Daniel! Alles okay? Nein. Daniel! Ich glaub ich stell mal nen Antrag... Ich stell mal nen Antrag auf nen neuen Titel, den kriegt Benedikt. Und der wer? Der Anglizist. Der was? Der Anglizist. Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Also ich stell jetzt einfach mal, dass Massi wahrscheinlich der einzige ist, der den verstanden hat. Er findet sich seine eigenen Wörter. Das ist ganz leise. Jetzt wird's besser zu verstehen! Warte mal! Alter! Was zum... meine Ohren, ey! Zum Zweck! Kauf neu! Ich will noch immer... Ich will noch immer... Leute googeln, was der Anglizist. Was? Nein! Niemand googelt! Ist das eigentlich irgendwen, der sich noch nicht disqualifiziert hat? Ist das eigentlich irgendwen, der sich noch nicht disqualifiziert hat? Nein! Mutti, nein! Ich such schon mal nen Ersatz, ne? Benedikt ist jetzt Trainy, ne? Benedikt wird grad gekockt von seiner Mama. Wenn der liegt ins Bett! Ach, der wird jetzt gegangen, weil er einen Stuhl mit Mutti zu Oma fahren muss. Das ist ein Joke, oder? Nein! Oh boy! Wir stinken! Schon nice! Ah, da ist der Bossgeger! Ja, dann hättste Oma früher anrufen sollen! Wie? Ich kann dich gleich mal! Warum bist du denn so zu mir? Hallo, ich bin immer nett! Ja, dann hättste Oma früher anrufen sollen! Immer! Wat führ ich mit auf den Haufen? Du hast dich mit entsorgt, ey! Wat los? Mir reicht's, ey! Ich kündige!